Musik Es hat sich sehr viel getan beim Zeitser Reit- und Fahrverein. Das konnten wir auf den ersten Blick sehen. Und das konnte uns Yvonne Pioch und Ernst Ebenhoch nur bestätigen. Also jetzt wollen wir trotzdem ins Gespräch kommen, auch wenn wir hier so etwas ganz Süßes haben. Wir waren ja doch genau vor einem Jahr hier. Da hattet ihr ein Projekt und wir wollten jetzt nach dem Jahr mal schauen, was ist draus geworden. Sie haben ja einen ganz bestimmten Part hier beim Reitverein. Das verraten Sie uns jetzt mal. Genau, also wir haben ja im letzten Jahr sehr viel passiert. Der Verein hat eine Tochtergesellschaft gegründet, eine gemeinnützige GmbH. Und da bin ich jetzt die Betriebsleitung, die sozusagen hier dann dafür zuständig ist. A für den Reitschulbetrieb, also für die Schulpferde und für die Pferdepension. Für die Einstellpferde, die dann in den nächsten Wochen hier so langsam einziehen werden. Also die Boxen, die wir hier sehen, die werden Ende August dann belegt. Und hier draußen ist ja dann der Aktivstallbereich. Da ziehen dann Mitte September die Privatpferde ein. Und die Schulpferde, unsere 13 Schulpferde sind ja jetzt schon da, seit Mitte Juli. Wie ist so dann der Tages- oder Jahr dieser Ablauf? Also momentan ist es so, dass wir ja Reitferienkinder da haben. Die kommen früh um neun und das Programm geht dann immer bis halb vier. Und nachmittags haben wir dann immer noch ein bisschen Reitunterricht, sodass unsere Pferde sich erst mal hier dran gewöhnen können. Da ist ja auch für die erst mal was Neues, aber das war erstaunlich, wie schnell die sich hier auch in dem Laufstall oder Aktivstall zurechtgefunden haben. Also es ist sehr schön. Ja, das merkt man Ihnen auch an. Das Interesse jetzt von Seiten der Leute, der Menschen, das ist groß? Das ist sehr groß. Also wir haben schön Nachfrage und machen ja wirklich auch schon Reitunterricht oder Reitunterricht, Ponyschule nennen wir das. Das ist das neue Angebot seit letztem Jahr im Sommer, machen wir das für Kinder ab drei. Da eignet sich der kleine Mann hier natürlich besonders gut für die kleinen Mäuse ab drei Jahre. Ja, und das steigern wir dann bis neun. Das ist Ponyschulthema und dann geht es in den richtigen klassischen Reitunterricht über. Und jetzt wollen wir Ihnen den kleinen Mann natürlich auch mal vorstellen. So, wer ist das hier? Das ist unser Paco, der ist acht Jahre alt und das ist ein Menichetti. Also der wird nicht größer, der ist schon ausgewachsen und frech. Ja, das haben wir vorhin gesehen, wo er ein bisschen ausgebüxt ist. Mal gucken. Ja, wenn Eltern jetzt oder Kinder den Wunsch an ihre Eltern richten, sie würden ganz gerne zum Reiten, wie auch immer, wie kommt man an euch ran? Also einmal über das Internet, über unsere Homepage, einmal über den Reitverein, ganz normal www.reitverein-zeits.de und dann die Tochtergesellschaft, das ist die Äquitaners Reitsport GmbH und da gibt es auch eine Internetseite mittlerweile. Da stehen die Kontaktdaten alle drin oder ja, man kommt einfach mal hier vorbei. Also das passiert auch ganz oft, dass die Eltern einfach kommen und dann machen wir einen Termin aus, dann können sie mal einmal zum Gucken kommen und Zugucken kommen. Und wenn sie dann denen das gefällt, dann kommen die auch öfter. Es sind ja auch heute, habe ich gerade gesehen, sehr viele Kinder da. Das ist so, die wurden so Kutschfahrten gemacht? Nee, Kutschfahrten machen wir mit der Gruppe jetzt nicht. Das ist wirklich Ponyschule. Die Kinder kommen, die Kleinen, die sind immer eine Stunde da. Dann lernen die erstmal, wie sie Pferde putzen. Den Umgang mit dem Pferd, der ist wichtig, dass sie das auch von Anfang an mitmachen und dann bauen wir das immer ganz spielerisch in irgendein Thema ein. Also ich sage mal, wir gehen für Pferde einkaufen, die sitzen hier oben, müssen ein Tablett transportieren, dann müssen sie Heu kaufen und Wasser kaufen und das so halt, dass man den Kindern da auch ein bisschen beibringt, wie viel Wasser braucht so ein Pferd am Tag, wie viel Heu, Kraftfutter, wie viel Bewegung. So was lernen die da, spielerisch, immer eingebaut in irgendein Thema und du bist nicht frech. Okay, ja dann wünsche ich ganz einfach, dass wir dich jetzt hier entlassen, du wirst unruhig. Weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön erstmal. Vielen Dank. Seit 1968 ist Ernst Ebenhoch der Vorsitzende des Zeitser Reit- und Fahrvereins. Pferde sind einfach sein Leben. Ja, Herr Ebenhoch, wieder mal bei Ihnen, wieder mal hier beim Reit- und Fahrverein in Zeits. Wir sind jetzt hier, das dritte Mal. Wir haben ja die Grundsteinlegung und das Spatenstich mitgemacht. Wir haben im vorigen Jahr, es ist fast ein Jahr her, im September war es. Ich habe nämlich noch nachgeschaut. Ja, also gab es ja eine Zuwendung auch, damals noch mit dem Minister Stahlknecht. Ja, und dann sind wir heute hier und wir haben Ebenhoch nicht schlecht gestaunt, als wir hier aufs Gelände gefahren sind, was sich alles getan hat. Erzählen Sie uns mal. Ja, ich freue mich natürlich, dass Sie heute zum dritten Mal da sind und doch schon erkannt haben, dass hier viele Dinge geschehen sind. Wir haben jetzt, sind wir in der Endphase unseres baulichen Abschnittes, sodass wir in Kürze die Pferde dann in Gänze da haben werden. Wir haben hier schon uns mal das Ziel gestellt, indem wir die Schulpferde nachher gebracht haben, machen die ganzen Abläufe schon mal mit unseren Pferden, sodass wir uns wappnen, dann, wenn die Gäste, Pferde kommen, dass das dann auch alles funktioniert. Wir haben ja hier durch diese neue Aktivstahlhaltung, das ist nicht ganz einfach für uns in der Vorbereitung gewesen, diesen ganzen Aktivstahl herzustellen, herzurichten, das ist ja eine vollkommen andere Haltungsform, als wenn wir hier mit den Buchsen agieren. Und insofern war das schon oder ist das immer noch eine Herausforderung, diesen Aktivstahl pferdegerecht zum Wohle der Pferde natürlich so zu gestalten und auch fertigzustellen, dass wir am Ende zufriedene Einsteller haben wollen und vielleicht höchstwahrscheinlich auch haben werden. Ja, und was man auch mal erwähnen sollte, wir haben ja hier ein ganz Teil einheimische Firmen tätig gehabt und wenn ich da dran denke, jetzt ist es sehr aktiv, wir sehen hier gerade die Auslegung der Bodenplatten für diese Großbedockform und das macht die Firma Schmidt den ganzen Tiefbau. Dann haben wir mit SMR ja die Gründungsfragen gemacht und viele andere Firmen, die hier regional sind, Elektriker, Fliesenlegern, alles was so ist. Da haben wir sehr darauf geachtet, dass wir sie auch hier mit einbinden und somit haben wir schon einen ganzen Teil von Menschen, die sich auch einbringen, können sagen, du hier haben wir auch unseren Beitrag geleistet, hier haben wir auch was getan. Und das denke ich mal, diese Region in sich bindig zu machen, das muss auch unsere Aufgabe bleiben. Und dass wir auch sagen, wenn wir jetzt so eine Reitanlage hier gestaltet haben, die uns bis dato doch recht gut, sag ich mal, ins Gesicht passt, sind wir doch mit der Ausstrahlung auch überregional. Das wird sich dann in Form von Lehrgängen oder von anderen sportlichen Aktivitäten zeigen, sodass wir auch neben dem Anfänger-Kinder-Bereich, den wir eigentlich schon sehr gut im Griff haben, aber auch wieder zu sportlichen Höhepunkten kommen, Turnierbesuche, vielleicht auch wieder mal jemand zur Landesmeisterschaft schicken können. Das ist ja alles schon da gewesen und soll sich so jetzt mit dieser Anlage auch entwickeln, weil diese Anlage natürlich auch diese optimalen Trainingsbedingungen jetzt vorhält. Wir haben ja die Sandplätze, sind ja praktisch Eppe-Flut-Plätze, ist ein ganz modernes Bewässerungssystem. Dann haben wir die Reithalle, die ja immerhin 62 mal 22 Meter in den Abmaßen des Hufschlaches ist mit der kleinen Galerie für Besucher und so. Und das, denke ich mal, das strahlt über der Region aus und so können wir als Zeizer natürlich auch mal zeigen, dass wir doch schon in die Welt passen. Und das wird ja den Zeizer nicht immer zugestanden. Also das ist wohl wahr und ja, dem OB wird es wohl freuen. Ja, kürzlich hatten wir einen Bundestagsabgeordneten Dieter Stier und unseren Oberbürgermeister Herrn Thieme hier vor Ort, vor drei Wochen, vier Wochen etwa so. Und die waren an sich sehr begeistert und sehr beeindruckt, dass sowas für Zeitsämt entsteht. Und was auch, was ja eine wichtige Erkenntnis ist, wir managen das ja als Verein. Und das ist eine sehr bedeutende Aufgabe, die eigentlich nicht hoch genug einzuschätzen ist, dass wir hier nicht Leute anstellen, die sich um diese Bausache kümmern, sondern das machen wir im Ehrenamt, achten sehr, dass die Finanzmittel im Rahmen bleiben. Und bis jetzt ist uns das recht gut gelungen. Und wenn ich von der Bauzeit ausgehe, wenn wir im März von der Grundsteinlegung gesprochen haben, dann ist es ja so, dass wir jetzt, ich denke von März bis jetzt sind das 16, 17 Monate. Also wir bauen nicht immer, vielleicht gerade so anderthalb Jahre und sind schon aktiv mit Pferden vor Ort. Und ich glaube, das ist auch schon ein bedeutsames Ereignis, dass wir so zügig hintereinander das lösen konnten. Eigentlich ganz toll, Herr Ebenhoch. Sagen Sie mal, wenn wir jetzt hier noch so schauen, was soll denn jetzt hier mit dieser Fläche, die noch ist, dann auch noch geschehen? Und dann müssen wir uns jetzt, müssen wir uns ein bisschen kurz fassen, weil hinter uns möchte jemand unbedingt ins Bild. Also die Fläche hier, wo wir hier gerade so bequem sitzen, ist ja die verlängerte Bedockführung. Also hier werden dann Großbedocks entstehen, wo immer drei, vier Pferde zusammen draußen sein werden. Die haben also individuell jeweils den Box, in diesem Fall hier, und das Außenbedock. Und dann das Großbedock als Weiter. Und dann später, in Kürze oder wenn das Wachstum so weit ist, wird dann nach hinten noch eine Weitefläche entstehen, wo die Pferde also alle Möglichkeiten haben der Bewegung. Und das sind Bewegungstiere, und denen müssen wir so gut wie möglich gerecht werden. Das ist richtig so. Und jetzt gehen wir beide mal zu unserem Quälgeist hier hinten, und sie stellen uns die Gute mal vor. Das kann ja wohl nicht sein, ne? Na, komm mal her. Die Dame haben wir erst seit 14 Tagen hier im Stall. Das ist ein polnisches Warmblut-Mix. Und wir setzen da große Hoffnung auf das Pferd, dass wir vor allen Dingen mit Kindern aktiv sein können, die Kinder auch zwei-, dreimal hintereinander draufsetzen können, dass die Kinder auch diesen spielerischen Effekt haben. Und da denke ich, da ist dieses Pferd dann wohl geeignet, von der Statur in jedem Fall. Und wir werden das möglicherweise dann auch noch hinkriegen, dass die an der Kutsche oder am Wagen mit dem Kremser geht, sodass wir da vielleicht auch noch einen Passer dazu finden und dann nochmal unsere Kutschpferde, die wir eventuell austauschen müssen, dann auch neu besetzen können. Herr Eberhoch, ich bedanke mich für das Gespräch, dass wir hier sein durften und hier bei dir vor allen Dingen. Ja, wir wünschen natürlich alles Gute und wir kommen wieder, ja, auch zu dir, wir kommen wieder vorbei. Dankeschön. Dankeschön und vielleicht bald, wenn wir die Einweihungsgeschichte machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns da mit begleiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020